Peace Leute, was geht ab? Ich bin Joel. Ich bin Suryan. Und heute haben wir einen neuen Freund dabei, das ist der Fabian. Und heute machen wir die Elfmeter-Challenge. Einer steht dann immer am Tor, da werden wir aufs Tor schießen. Und der Verlierer bekommt einen richtig harten Nackenklatscher. Ok, ich hab schon ein paar... Leggo. Ok, Leggo. Eins. Da sind wir wieder und wir machen jetzt Schnick-Schnack-Schnuck und der Verlierer geht ins Tor. Schnick-Schnack-Schnuck. Oh fuck, das gibt's doch. Ok, dann machen wir jetzt... Jeder hat drei Schüsse. Ok, ich fang an. So weit, tief. Ich verliere. Und... Er hat einen Verkaster-Schuss verschossen. Ich dachte, du musst noch weiter schießen. Ich dachte, du musst noch weiter schießen. Ok. Du musst noch ein bisschen rein. Ok, ne? Ja, du Schuss. Mach ich's doch! Letzter Schuss. Ein Tor. Warte. Klar. Ja. Alle verschossen? Äh, zwei verschossen. Ich dachte, du musst noch weiter schießen. Echt? Nein. BAM! BAM! Leute! BAM! Nein. BAM! 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 Hier ist hier von unserem bester Fischballer. Da macht alle Platz ein Kumpel, ja. Ein Quar belki! Äh, Fabi, du bist in Sport? Ja. Lea, schießt du ein oder ich? Nein, wir machen dann neun Schiffe. Wer von den neunen Entschließungen alle reingeht? Nein! Jetzt, Entschuldigung! Du? Ich und er! Einmal neben sie, oder? Nein! Jetzt hältst du deine Stoffe! Fuck! Oh, ich bin der Einzige, der hat den Tor an, Leute! Hä? Ja? Ja! Fuck! Was? Ich wollte mal nicht getroffen, wenn der Fußgub ist. Ja! 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 Nein! Ja! 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 Ich bin schon mal raus. Ich muss rutschen und ins Tor. Ich muss es halten. Nein, nein, ich bin gut. Ich bin jetzt raus. Ich bin schon wieder im Winner. Nein, ich bin schon gut. Sorry, Mann. Passt. Halt es! Halt es! Ist dieser noch rüber! Halt es! Nein! Ich will, dass du bei dir nachher kannst. Ich hab gesagt so ganz schön sehr hohe Saubertsäunenschuhe. Ja, wo ist you? Nein, you can singa, ey. Jawoll! Nein! Aber ich hab noch einen. Er ist auch schon egal. Was hab ich passiert? Gib dir erst einen. Oh, scheiße. Oder will die Arschbeuten machen? Nein, das tut mir leid. Oh mein Gott. Warte, warte. Tut mir leid, aber... Warte. Bitte nicht, Alter. Ah! Fucking shit. Der Ball hat voll gehört. Der Ball, Alter. Ohhhh! Ohhhh! Jetzt geht's vorbei. Ich werde in der nächsten Runde besser abschießen. Oh, ja. Haha! Okay, fahr nicht los. Oh, ja. Ich muss die Pause, Alter. Ich mach den Weg, Alter. Das war ein nächster Nackenklatscher. Ahhhh! Das war leicht, Digga. Die Tropfen, Alter. Tropfen. Ja, Leute, das wär's dann auch mit der Folge, wenn ihr neue Fußball-Challenges sehen wollt. Dann bis zum nächsten Video und spreng mal den Like-Button. Ja. 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 Ja.